Es wird zu. Ich habe so viel Angst. Was ist das? Das habe ich jetzt nicht drauf. Das geht noch nicht. Wir können nicht anfangen. Das ist noch nicht. Ja, warte mal. Er ist noch nicht am richtigen Ort. Nein, das wäre Wahnsinn. Das geht nicht. Darth Vader gets his recording position. Mr. Darth Vader, please proceed to your recording position. Recording gate. Very nice, very nice. B, du hast da. Haben Sie etwas zu sagen? Es gibt kein Budgetloch. Sehr gut. Erstes Take, neue Platte. Und wo redest du über das Budgetloch? Gibt keins. Da sieht man, wo die Prioritäten liegen. Ich bin bereit. Ich bin zu aufgeregt. Ich bin zu aufgeregt. So. Du könntest was erzählen zum Artikel der Neues, nein, des Liedes. Warum wir das so nennen. Das Lied hat den Arbeitstitel Dirty Rodriguez. Und für Sie es nicht wissen, Pussifer.com Der erklärt es euch. Geht schon. Okay. Wie viel kriege ich? Ah, ich höre sie. Okay, und jetzt drücke ich auch auf Rekord. Die Rekord. Stevie hat das erste Take versaut. Ich habe mich selber rausgebracht. Ab dem Mittelteil. Keine Sorge, die ersten Takes sind immer scheiße. Die ist, es ist, wenn ich richtig...